Hangover. Komödie. Okay, das ist schlimm. Wannabe-Komödie. Wannabe-Komödie. Frauenfilme. Schindlers Liste. Kritisches Thema. Es sind wieder zwei weiter. Das ist nicht so schlimm. Schindlers Liste Pollack von Oliver Pollack. Weil ich immer mit dem über Schindlers Liste rede. Dieser jüdische Comedian ist echt immer ein sehr lustiges Thema. Deswegen Pollack. Twilight. Gay. Also wirklich gay. Nicht abwerten. Aber schon gay. Komm Bella. Ich hab auch gekotzt. Denkst du, die können niemals Sex haben? Der Typ will auch lieber drag. Vielleicht wollen auch die beiden Kerle. Deswegen. Das ist an Homoerotik nicht mehr zu überwieden. So muss ich noch ausführlich sein. Aber gay. Homoerotik. Hast du den? Du hast ja Skyfall bestimmt gesehen. Ja. Diese Szene, wo Badem das erste Mal auftaucht. Ja, aber ich fand den super lustig. Super. Ich meine, das Homoerotik kann so mega sein. Also das war der Hammer. How would you know? Das war der Hammer. Aber ich fand Die Hard 5 übrigens besser als Actionfilme. Na jetzt? Das ist ein ganz lustiges Thema. Ich fand das war ja einer der schlechtesten Actionfilme. Das finde ich gerade ritzig. Boah. Aber einer der Kritiken war auch so, es ist so, bis jetzt war immer so menschlich, jetzt ist es aber over the top. Und ich so, Die Hard 1 zu 2 war menschlich in der Form. Ich bring mal ein ganzes Terrorsport auseinander. Ich meine, wir haben ja mit Twitter gesagt, das ist Zerstörung. Und das ist auch Zerstörung gewesen. Aber mehr. Okay, Herr der Ringe. Lang. König der Löwen. Süß. Django Unchained. Geil. Titanic. Klassik. Pulp Fiction. Scheiße, das habe ich schon Klassik gesagt. Kult. Und Star Wars. Kindheit. Was heißt Star Wars für dich? Du bist doch... Du musst doch... Star Wars ist... Kannst du über Star Wars stundenlang reden? Ja. Weil es so viele tausend unendliche viele Aspekte gibt. Ich glaube, da könnte ich zwei Talks alleine über Star Wars auch wirklich machen. Wobei, ich liebe dieses Universum, bin damit groß geworden. Aber ich würde mich nie so als Fan in der Form mehr benennen können, weil ich nicht so einer bin, der alle Bücher gelesen hat. Der zu Hause ein Kostüm hat. Klar habe ich ein Laserschwert mit Masken und so zu Hause. Klar. T-Shirts, Schuhe, allem was dazugehört. Aber ich würde nicht sagen... Also zum Beispiel, guck mal, das ist hier so eine Casio Eric Hayes. Und was ich an der Uhr so geil fand, ist, dass sie so ein bisschen aussah wie halt so der... so dieser Look von Luke Skywalker an einem Imperium schlägt zurück. Das ist für mich so diese Optik. Das ist dann so deine Entscheidung? Das ist meine Assoziation zu sagen, das müssen wir schon hier von einer Farbkombination sieht aus wie so ein Rebellion Fighter. Okay. Ich habe übrigens noch eine kleine Star Wars Überraschung für dich. Ja, wirklich? Aber du kriegst erst am Ende das für dich. Okay. Angry Birds Star Wars zum Beispiel, bin ich auf Zielgruppe. Was, was? Angry Birds Star Wars. Achso, habe ich auch nicht. Ist das geil? Das Hammer. Ich bin raus. Ja, nee. Was lustig ist, du kannst... Ich habe zu Hause Apple TV und wenn ich dann mein Handy synchronisiere mit dem Fernseher, kannst du mit Angry Birds auf deinem 50-Zoll-Fernseher zocken. Das ist lustig. Ist verrückt, komisch. Das ist auch mit dem iPad. Nein, nein, nein. Achso, stimmt. Da liegt dein iPad da nicht. Aber hast du Apple TV zu Hause? Hast du es an einem Beamer dran? Ich habe sechs Stück mittlerweile. Du hast sechs Apple TVs? Weil ich noch die alten habe und die neuen. Weil Apple hat es ja so raffiniert gemacht, dass du dieses, was du ja gerade benannt hast, nur mit dem neuen machen kannst. Echt, ja? Und du hast jetzt einen Beamer dran? Ja, klar. Das ist bestimmt mega geil. Deswegen habe ich dir gesagt, ich habe mir Walking Dead ja auch auf dem großen Beamer angeschaut. Wobei... Ne, wobei... Stimmt, ich muss das vorhin nochmal korrigieren. Ich habe ja auch Walking Dead die ersten beiden Schaffungen auf Blu-Ray. Auf Blu-Ray kann ich sie mir auf dem Beamer anschauen. Aus dem Apple TV geht das nicht über den Beamer. Sieht scheiße aus. Du bist auch ein Western-Fan. Stimmt, aber auch mittlerweile. Gibt es einen Lieblings-Western? Eigentlich nicht. Würdest du sowas wie... Ich hätte Star Wars gesagt. Star Wars ist für mich ein Western. Okay. Aber eben weil du jetzt sagst, okay, Western hat nicht so viel mit der Kulisse zu tun, sondern hat mehr mit dem Grundgerüst von... Oder erklär mal warum. Ich mach's mir mal leicht. Warum ist Star Wars... Sind wir schon wieder drauf? Sind wir schon wieder drauf? Wir sind die ganze Zeit... Die ganze Zeit schon drauf? Scheiße, ich habe die ganze Zeit drüber gesprochen. Nein, okay. Star Wars... Also zum Beispiel, wenn es immer so um den Grund liegenden... Es gibt auch mal so Leute, die sich jetzt gerade aufregen, dass J.J. Abrams ja nicht nur die Star Trek Serie jetzt fortgeführt hat, sondern auch jetzt auch für Star Wars zuständig ist. Ja. Und ich denke, who fucking cares? Also ich meine, insofern, wenn er einen guten Job macht, der gute Job beinhaltet ja auch dieses Universum in der Form er zu respektieren und als Filmschaffender musst du dich auch damit auseinandersetzen. Manche Werke sind... Also ich meine, Chris Nolan hatte ja nicht vorher irgendwo ständig sich nur mit so Superhelden auseinandersetzt, sondern er hat auch Batman einen ganz anderen Touch gegeben. Und ich glaube auch schon, dass wir jetzt irgendwo jetzt nicht Bienen werden bei Star Wars, nur weil J.J. Abrams bis jetzt im Star Trek Universum ist. Es gehört ja zu der Arbeit dazu, dass du dich damit auseinandersetzt. Und nicht vergessen, George Lucas trotz seiner 4 Milliarden für Lucasfilm bekommt ja auch noch ein Honorar als Berater. Aber was ist denn jetzt eigentlich das tatsächliche Thema? Weil Disney macht LucasArts zu? Oder hast du gemerkt? Ja, nee, nee. Irgendwie ist man jetzt nicht ganz klar nach dem rausgehauen? Nein, die Interactive-Abteilung. Okay. Weil irgendwie war die ganze Zeit nicht klar, sie kündigen neue Filme an, aber jetzt ist das... Was ist jetzt wirklich Stand der Dinge? Disney hat sich... Also Disney ist ein Thema für sich. Disney hat sich... Okay, dann... Was? Disney ist ja mitunter eins der heuchlerischsten, aber auch eins der kreativsten Unternehmen, die es halt gibt. Auf der einen Seite machen sie immer halt so Familien-Entertainment für alle möglichen Pipapo und haben dann auch... Verkaufen dann auch halt alles so schön mit dem Disney-Logo und so weiter und so fort. Aber wenn es dann so hart geht und so Menschen verachten mit Gewalt und allem möglichen dazu, was ich auch ganz gerne schaue, geht es dann über Touchdown oder über ihre ganzen anderen Partner und so. Das heißt also, wir haben damit nichts zu tun, wir sind nur Familien-Entertainment. Was ich auch lange Zeit bei Disney früher nicht mochte. Ist doch auch komisch, wenn du dann irgendwie dieses Schloss hast, Disney, und dann auf einmal... Ja, ich meine letzten Endes... Es ist ein amerikanisches Unternehmen und für die ist halt irgendwo Wirtschaftsinteresse, aber sie haben auch gute Produkte. Das muss man verlassen. Also bei Flug der Karibik fand ich auch gut. Die weiteren Filme waren alle Schrott. Kann man ja auch an dieser Stelle bezahlen. Hast du Long Ranger schon mal den Trailer gesehen? Habe ich auch gesehen, aber ich werde mir trotzdem angucken. Auch wenn er ein bisschen so wie Jackrabbit, wollte ich schon sagen, daher kommt. Ähm, finde ich nicht. Aber Disney ist tatsächlich auch... Was ich nicht mochte war, auch wenn es um ihre Statuten geht, dass sie ja schon so ein bisschen... Also die waren für mich nicht offen. Die hatten ja nochmal ganz besonders klischeehafte Gedanken, wie jede Nation ausschaut, um das auch so zu verkaufen. Und da sind sie mittlerweile locker geworden. Ich fand es auch sehr gut, dass Steve Jobs auch Disney mehr oder weniger den Mittelfinger gezeigt hat und auch gewonnen hat. Und damals wurde Eisner, glaube ich, war das denn auch gehen musste, weil er sich dann angelegt hatte. Weil Disney ein Kreativproblem hatte und Pixar wesentlich erfolgreicher war. Und das war tatsächlich so, was ich mitbekommen habe. Also Disney versuchte ja auch Pixar zu verarschen. Mit so ganz komischen Klauseln in Verträgen. Und da war halt Steve Jobs richtig pisst. Und irgendwann war es halt so, dass Steve Jobs sich durchgesetzt hat, wo der Eisner gehen musste. Und kurze Zeit später hat er noch Steve Jobs gesagt, hier, was man jetzt auf dem iPad gucken kann. Der Fluch der Karibik. Ein ganz toller Film. Es war schon so eine persönliche Genugtuung. Ich glaube, dass Disney... Viele sind schockiert, weil Disney so ein imperialistisches Unternehmen ist. Aber ich glaube, dass Disney auch dran setzt, weil sie eben halt profitorientiert sind, dass sie das meiste rausholen werden. Und das, wissen Sie, kriegen sie nur mit sehr gutem Content hin. Deswegen glaube ich schon, dass sie J.J. Abrams die Freiheiten lassen, damit er einen super Film macht. Weil Tron 2.0 ist meinerseits ein sehr gelungener Film gewesen. Er ist sehr respektvoll mit diesem Urthema gewesen. Und das lässt mich glauben, dass es weitergeht. Du hast ja bei all diesen neuen Filmen immer wieder dieses Problem, dass du ein Publikum hast, was mit einer ganz anderen Erinnerung und Jugenderinnerung zurückblickt. Und mit einer nostalgischen Macht auf einen Film, sodass jedes neue davon immer irgendwie schlecht ist. Ja, aber deswegen fand ich nicht. Ich fand es gut. Aber der neue Tron verliert sich auch enorm krass in seinem Raum. Ohne den Soundtrack wäre er nicht das, was er ist. Das müssen wir auch sagen. Star Wars, Star Trek war ja übrigens noch das ursprüngliche Thema. Star Trek ist eine Science-Fiction-Serie. Da geht es darum, wie könnte es sein... Du hast gesagt Sylvester. Star Wars. Star Trek ist ein Science-Fiction. Star Wars ist kein Science-Fiction. Da geht es wirklich um die Geschichten. Da geht es um diesen Epos. Das ist ein Western. Also unabhängig davon, dass es auch auf dem Wüstenplanet ja auch irgendwo dann auch so ein Teil spielt. Sondern es geht einfach um die Helden-Duelle und all das. Es ist halt so ein Degen-Film, so ein deutschen Degen-Film gepaart mit einem Western. Das ist das, was ich eher in Star Wars sehe. Es geht auch wirklich um diese Persönlichkeit. Han Solo ist ein cooler Korb. Oh boy. Weißt du, was krass ist? Ich habe diese Saga ja auch zu Hause. Ja. Und ich habe diese Filme ewig nicht gesehen. Ich muss mal wieder mit einem ganz anderen Verständnis mir alles nochmal ansehen. Und komm, aber mir die Zeit, mir mal alle Teile reinzuziehen. Wir müssen irgendwann mal eine Star Wars machen. Können wir gerne machen. Ich bin doch einer der Menschen, die kein Problem mit Jaja Binks haben. Weil ich das auch respektiere eben, dass eine neue Generation noch einen Anspruch auf was anderes hat. Weil alles was dazwischen war, die scheißen auf Star Wars. Die denken sich so, ich verstehe diesen Hype um Star Wars nicht. Meine Generation, die damit groß geworden ist... Ja, bei mir ist es nämlich... Ich gehöre aber so dazu, weißt du. Bei mir ist es so echt so... Du bist ja auch einer von uns, Wissen, ne? Das ist einer so ein bisschen... Na egal. Kommen wir mal von Star Wars zu einem anderen Rubrikfilm, nämlich Deutscher Film. Oh man, jetzt ist die Falle höher ziemlich krass. Ne, überhaupt nicht. Ich finde... Das ist die Frage. Top oder Flop? Ich finde, es gibt hervorragend deutsche Filme. Ohne den... Der deutsche Film gehört zur Filmgeschichte dazu wie nichts anderes. Irgendwann hat man sich da so ein bisschen verloren. Man kann sich noch darüber streiten. Ich bin noch gerade selbst dabei, das so ein bisschen herauszufinden. Weil natürlich ja sehr viele Autorenfilme auch erfolgreich oder beziehungsweise auch finanziert werden. Aber keiner manchmal immer so den wirtschaftlichen Nutzen hinterfragt. Also ich glaube nicht, dass immer nur der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund steht für einen Film. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Leute davon leben. Und wenn ein Film nicht erfolgreich genug ist, dann muss man hinterfragen, ob er nicht wirklich am Publikum vorbeiproduziert von ist. Andersrum... Okay. Andersrum... Fand ich das halt eine Blamage, dass Deutschland sich da schwer getan hat, Schuh des Miniturs als einen der besten Filme überhaupt, um für wahrzunehmen. Weil wenn 12 Millionen Leute ins Kino gehen und sich den Arsch ablachen, dann finde ich es nicht gerechtfertigt zu sagen, ja, aber er hat keinen gewissen Anspruch. Du hast in Deutschland immer dieses Künstlertum, die meinen, dass es immer darum geht, irgendwas Künstlerisches dazubieten. Guckst du zum Beispiel den Deutschen Filmpreis dieses Jahr und sind viele Filme nominiert. Ich habe zum Beispiel bei Oh Boy kurz bei einem Drehtag abends mitgemacht und mitgedreht und bin auch im Trailer drin und dieser Film hat 8 Nominierungen, aber gesehen wurde er von 150.000 Leuten oder so. Und alle Filme, die nominiert worden sind, sind zusammen bei weitem nicht mal so oft gesehen worden wie jetzt mal in den Kino Hasen 2. Das ist so, so krass. Und in Deutschland hast du aber das Problem, dass alles gefördert ist, wie du schon gesagt hast. Also das heißt, jeder Film hat eine Förderung. Und sogar die Amis kommen zu uns und sagen, ey, der Staat gibt uns Geld, lass uns in Deutschland Filme machen. Deswegen kommen sie alle her und wir gehen wiederum alle nach Südafrika zur Zeit. ARDZ hat er frei, alle nach Südafrika und Marokko umzudrehen. Das Ding ist halt... Und das sieht ja trotzdem immer mal aus wie eben schwarzweit gedreht. Ja, aber das Problem ist, was passiert, wenn jemand einen Film fördert und gibt Geld dazu? Derjenige bekommt ein Mitspracherecht über die Inhalte. Und du musst eine Fernsehauswertung haben. Das heißt, Filme dürfen noch FSK 12 sein. Und das geht dann durch so viele Instanzen, dass es bloß noch die gemeinsame Konsens Drama, Zweiter Weltkrieg, Stasi und Komödie gibt. So, und das ist aber das Problem beim deutschen Film. Wir lassen keine Kreativität suchen. Also sowas... Rubinrot, jetzt kommen wir mal hin, Rubinrot ist jetzt nicht der Film des Jahres, aber es ist ein Fantasy-Vorstoß. Und das finde ich richtig gut. Hell, letztes Jahr. War so versucht, einen Inside-Film zu machen. Es gibt so ein paar... Das ist auch nicht so schlimm, aber ich meine, mich macht das traurig. Ich versuche hier zum Beispiel voll oft, jetzt rede ich mal kurz länger, Leute für Film zu interessieren. Und voll viele Leute schreiben mir, Robert, seitdem ich deinen Kanal entdeckt habe, gehe ich öfter ins Kino und so und ich freue mich richtig. Weil Kinokultur, Filmkultur, Film macht auch Leute manchmal ein bisschen klüger. Das ist meine ehrliche Meinung. Stimme ich dir voll dazu. Und das... Kann ich hier widersprechen sagen? Nein, nein. Okay. Aber mich macht das so unglaublich traurig, wenn du das in Deutschland siehst und du siehst diese Nation, die so viele Talente hat. Das siehst du in den Werbespots, siehst du, was sie alles können. Und die Amis kommen gerne hierher, weil die Leute so unglaublich gut sind und auch noch so unglaublich billig. Und dann ist das was... Kommen Sie nach Deutschland! Alle billig! In Amerika am Set hast du... Hier hast du ein Filmteam mit 30, 40 Leuten in der Kamera. In Amerika 120. Und jeder hat einen Job. Da gibt es einen Typ, dessen Aufgabe ist es den ganzen Tag die Sonnenschirme und Regenschirme zu halten. Ja, aber eben weil die Leute das, weil sie auch ihre Schauspieler als Investment sehen. Weil sie wollen, dass ihrem Talent es gut geht, damit... Das ist wie bei den Dallas Mavericks, wo auch der Chef gesagt hat, meine Spieler kriegen alles, was sie brauchen, aber ich möchte im Nachhinein von keinen irgendwo eine Ausrede hören, warum er keine hundertprozentige Performance abliefern konnte. Und so denken die Amerikaner, was ist ihr Investment? Sie wollen, dass alle da zufrieden sind, dass die Besten was gemacht haben. Aber sie können natürlich auch weltweit exportieren. Das kann der deutsche Film halt nicht. Das könnte ich halt. Die Franzosen machen das ja auch. Ja... Und das ist französisch. Die Amis hassen... Ja, aber die Franzosen machen halt auf jeden Fall... Aber die machen auch gewagte Stoffe. Oder die Spanier drehen Horrorfilm. Ja, aber warum können die Franzosen zum Beispiel... Oder halt auch die Spanier. Warum können die mit weniger Geld besser aussehende Filme produzieren? Das verstehe ich nicht. Na, weil... Das hat... Das ist... Weil an dem Budget eher oft Entscheidungsträger geknüpft sind, die vorher schon dieser Kreativität den Lauf nehmen. Das ist das Problem. Wir müssen in einem Land leben wie in Amerika, wo nicht so viel gefördert wird, sondern wo der Wettbewerb über den Punkt steht. Diese ganzen... Wir müssen alle Haushaltspauschale bezahlen. 17 Euro noch was im Monat. Zwangsabgabe. Zwangsabgabe, ja? Pay-TV. Können wir uns nicht... Ja. Ja, ja. Was heißt Pay-TV? Aber ich hab kein Passag gemacht. Das ist Zwangs-Pay-TV. Ja. Und in Amerika hat jetzt aber Pay-TV. Dann sag ich, okay, ich will HBO, ich will Showtime. Und die sind nicht mehr so werbeabhängig und machen dann so abgefahrene Serien, eben wie The Walking Dead oder so. Gibt's bei uns nicht. Wir brauchen so ein System, wo wir selbst uns Pay-TV, wo wir meinetwegen Sky und andere sind, haben die eigene Serien statt. Ja. Aber ich bin so interessant. Genau das Thema hatte ich nämlich gestern auch schon. Und da wird noch mehr dazu kommen. Aber das ist jetzt auch ein... Da wird noch mehr dazu kommen? Achso, du meinst generell? Ja, aber ich bin der Auffassung, da muss definitiv öffentlich auch besser mehr darüber besprochen werden. Ja, weil... Ich glaub, das deutsche Publikum... Ich seh's zum Beispiel, wenn ich einen Trailer-Check mache. Das heißt, ich guck immer, ein neuer Trailer kommt raus und sag so, das wird euch einen Film erwarten. Bei deutschen Filmen sind die Kommentare, tellen es ja schon so, deutscher Film ist immer scheiße. Es gibt so ungefähr 30 Prozent Zuschauer, zumindest auch hier auf DVD-Kritik, die echt zu sagen... Ja, aber das hat ja auch was mit Bildung zu tun. Wie heißt das? Und Bildung kommt ja auch dadurch, dass wie aufgeklärt Leute auch wirklich sind, wie informiert sie auch wirklich sind. Und manche wissen ja gar nicht, wo sie auch anfangen sollten, sich irgendwie zu informieren. Das ist wirklich so. Viele Leute wissen ja gar nicht wirklich, was da draußen und wie diese ganzen Geschäftsgeschichten von dann ausgehen. Ja, aber das ist ja auch egal. Weil der normale Kinogänger geht ins Kino und bezahlt für einen deutschen Film den gleichen Eintrittspreis wie für der Hobbit. So, und das sind einfach zwei völlig verschiedene Produkte am Markt, die gleich viel kosten. Und das ist der Alltag des Zuschauers. Wir reden jetzt mal nicht über Filmemacher, Schauspieler, Moderatoren oder so. Die sehen alle den anderen Blickwinkel, was sie wollen und bla. Ey, das geht um die Menschen. Wobei, wobei, in Amerika ist es auch wirklich so tatsächlich, darum funktionieren auch so diese Castingshows auch anders. Ich meine viele Talente, bei 83 Millionen Einwohnern muss es auch mal wirklich gute Talente geben, die du international... 83? Achso, in Deutschland. Ja, in Deutschland. Da gibt es auch bestimmt auch mindestens ein Talent, was definitiv auch international verwertbar wäre. Aber jemand wie Dieter Wohlmeck, die könnte eh nicht modden, der will immer auf Nummer sicher gehen, hauptsächlich produziert ist und das ist alles wunderbar. Mein Schrott geht halt nur in den deutschsprachigen Räumen, außer Modern Talking damals, das war noch andere Zeiten. Ich habe ja Respekt für seine Karriere, aber für das, was er jetzt aktuell darstellt, kriege ich ein bisschen so das Kotzen. Und das ist auch so die Art und Weise, dass wir hier auch einfach nicht wirklich verkaufen können. Es gibt wahrscheinlich noch unterschiedliche Faktoren, aber ich möchte mir nicht anhören, das ja bei uns im Verhältnis zu Amerika oder Amerika hat ja so eine größere Marke, sind die besser. Ich glaube, das hat was nicht damit zu tun, sondern das hat auch so mit dieser Einstellung zu tun. Wir reden uns ja selber klein, beziehungsweise wir reden uns zum einen klein, aber halten mal die Fresse, wenn irgendwas scheiße ist und dann kriechen uns dann gegenseitig alle zusammen in den Arsch. Das sage ich immer wir als Gesellschaft und sagen, das war ganz toll. Ich sitze da. Ich sitze da. Ich sitze. Geht mir genauso. Und sobald du, wenn du Mund aufmachst, dann bist du verrückt. Das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Wenn ich auf irgendeiner Party bin, wir sehen uns, ich weiß nicht mehr, du bist nicht da, ne? Weil es steht da in den Faces über Ort oder sowas vor der Tür. Doch, da komme ich schon bei. Die läuft schon. An dieser Stelle muss der Robert leider etwas eingestehen. Und zwar haben wir beide uns gerade so in Rage geredet. Er ist ja überhaupt kein Fan von Schnitten und so weiter und so fort und Co. Aber es gibt auch ein paar Einschränkungen im digitalen Zeitalter. Eine davon ist, dass die Kamera nicht am Stück aufzeichnen kann, sondern alle 10 Minuten müssen wir mal eine Pause machen. Und so haben wir gar nicht gemerkt, als wir uns über das Thema deutsche Förderung, deutsche Film, deutsche Gesellschaft unterhalten haben, dass wir so komplett off waren. Also lassen wir das einfach mal. Das wäre eine andere Sendung. Ich übernehme jetzt mal kurz als Moderator. Was ihr gesehen habt, habt ihr gesehen bis dahin und der Rest ist halt nicht. Ganz genau. Also werde ich mich jetzt wieder zurücklehnen. Ich bin der Gast und ihr Moderator Robert wird ihre Fragen jetzt an mich stellen. Hello boys and girls. Welcher ist der unerträglichste Film der Welt? Keine Ahnung. Ich gehe auch bei Filmen raus, wenn sie mir zum Glücksten gerade nicht mehr gefallen haben. Ernsthaft? Ich bin bei Hänsel und Gretel rausgegangen. Aber nicht, weil er schlecht war. Nicht, weil er schlecht war, weil er mich einfach nicht interessiert hat. Ich habe da keinen Bezug zugefunden, musste ich rausgehen. Echt? Du fandst den nicht nicht schlecht? Ich fand Jogging den Vulkan nicht schlecht. Dann bin ich rausgegangen. Aber Hänsel und Gretel, ich habe ihn nicht zu Ende gesehen, also kann ich nicht sagen. Vielleicht wird der irgendwann für eine Minute gut oder so. Nee. Das war nicht mein Ding. Naja. Welchen Film hast du am meisten gesehen? Von allen? Glücksritter. Glücksritter. Mit Eddie Murphy. Wirklich? Trading Places. Dan Ancroyd, Jamie Lee Curtis. Wie kommt das? Weil ich den damals auf Videokassette hatte und ich finde, der hat sehr geile, philosophische Ansätze. Er ist halt super lustig, ist mein Ding, gut gespielt und einfach lustig. Und Star Wars dann auch noch. Aber ansonsten, Glücksritter ist der Film, den ich mit Wahrscheinlichkeit mindestens 50, 60. Aber das ist nicht der Film, der dich am meisten beeinflusst hat. Wenn du jetzt sagst, bei dem Film hole ich am meisten so Erinnerungen raus. Nicht Erinnerungen, ich finde den Film einfach gut. Nee, aber ich meine, gibt es einen Film, wo du sagst, es gibt zum Beispiel, wenn ich ans Thema Liebe denke, muss ich immer an König der Löwen denken, wo sie sich wiedersehen und sie ihm über die Weile bei König der Löwen sagen. Nee, dann glaube ich nicht. Aber dann ist er das. Das ist für dich dein Film. Weil das sind ja so die, ich würde nicht sagen, dass es mein absoluter Lieblingsfilm ist, weil es schon zu viele andere Filme gibt, die ich auch toll fand. Aber Trading Places von dem Inhalt her, von dem Zwischenmenschlichen, hat mich am meisten geprägt und das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Okay. Es gibt diesen einen Satz, wo der Charakter, also Billy Valentine, gespielt von Eddie Murphy, nicht weiß, dass er mehr oder weniger in so einem maronen Spiel von den beiden Brüdern da irgendwo ist. Und dann zu seinem ersten Arbeitstag, also er ist ja dieser Straßenpenner, der dann sozusagen die Chance bekommt für dieses Experiment, dass es nicht die Herkunft ist, sondern dass es in den Gehen irgendwo ist, das versuchen die Brüder für einen Dollar herauszufinden. Und dann hat er seinen ersten Arbeitstag und ist immer noch unsicher, weil er nicht versteht, worum es hier eigentlich so geht. Und da ist halt der Butler, der ihn dann hinfährt, sagt ihm dann nur noch, wo Billy Valentine ihn fragt, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die Leute von mir wollen. Meint er denn nur zu ihm, seien sie einfach sie selbst. Das ist das Einzige, was man ihnen auf gar keinen Fall wegnehmen kann. Und das fand ich so viel sagen. Das ist, glaube ich, so einer der Sätze, der bei mir immer noch so extrem hängengeblieben ist. Und das macht den Film für mich geradezu einen perfekten Film, weil er es halt schafft, unterhaltsam zu sein, aber trotzdem auch schon so Inhalte zu vermitteln, die auf einer anderen Ebene sind. Und deswegen Trading Places. Das ist aber auch ein schöner Satz, aber den hast du auch, das ist manchmal so eine gewisse Kombination, wenn so eine Weisheiten kommen, manchmal kriegt es einen halt so richtig, ne? Ja, aber darum kommt es an, wie es so nicht verpackt wird. Am Ende heißt ja alles, basiert auf Shakespeare und Liebe. Ja, ja, ja. Hast du eine Lieblingsserie? Ich habe mehrere Lieblingsserien. Nein, hast du eine Lieblingsserie? Aktuell? Hast du eine Lieblingsserie? Nein, habe ich nicht. Okay. Okay. So ist es in Ordnung. Aber welcher war meiner Meinung nach der beste Film im letzten Jahr? Was haben wir Anfang April? Ich habe mich ja dem Hype entzogen. Das heißt, ich muss immer Filme nicht sofort sehen, wenn sie da sind, sondern ich nehme mir auch Zeiten für mich selbst. Anfang letzten Jahres erst, erst Anfang letzten Jahres habe ich Drive gesehen und es hat bis heute die größte und stärkste Nachhaltigkeit gehabt. Und für dich ist Drive so der? Drive hat für mich letztes Jahr der, der ist ja 2011 rausgekommen. Ich habe ihn erst im Frühjahr 2012 gesehen und es hat dann so für mich das ganze Film hergeprägt. Bei Drive war ich immer irgendwie so, ich fand den Trailer, der Trailer war halt krass anders geschnitten. Jeder hat so ein bisschen mehr Action erwartet und ich war halt so, bei Ryan Gosling kann ich mich, ich finde den super geil, aber manche entscheiden, ist der gerade richtig geil? Oder guckt er einfach nur in Ruhe? Ich weiß, ich weiß es nicht. Das ist echt, das ist echt manchmal... Aber meine zweitliebste Liebesszene ist in diesem Film. Welche ist die liebste? Die liebste ist das Imperium schlägt zurück. Der Klassiker. Han Solo kurz davor hat irgendwo tiefgefroren zu werden oder halt wie auch immer in diese Maschine geflossert zu werden und dann auch so, Han, ich liebe dich von Prinzessin zu lernen und er gibt nur zurück, ich weiß. Mehr Love Story kann es für mich nicht mehr geben. Ich muss da echt alles mal gucken. Musst du mal machen und bei Drive diese Fahrstuhl-Sequenz, wo er gleichzeitig sagt, das ist ja alles, dass er für sie tötet, aber auch gleichzeitig genau das ist das Problem und deswegen können sie nicht zusammen sein und so wirklich dieser Wechsel von er küsst sie, dreht sich um, anledigt sein Geschäft und lässt sie denn gehen. Das ist so eine fantastische Filmszene. Gänsehaut, wenn ich schon darüber rede. Aber ich kenne das. Es gibt manche Sachen, da denkst du, ja okay. Aber wenn du jetzt Ryan Gosling so gut findest, wo die Frage ist, du musst... Komm, Patrice macht einen Film. Patrice, Bui, die Wähler. Wer muss mit spielen? Ich habe keine Disziplin, um Filme zu machen. Nee, nee, ich meine aber trotzdem, wer... Du sagst, stellst jetzt einen Cast zusammen. Ja, aber das wäre dann abhängig von was für einem Film ich dann machen würde. Okay, was für ein Genre würdest du machen? Ich weiß es eben nicht, das ist es halt. Okay, Patrice... Ich mag wirklich zu viele Sachen. Okay, Patrice macht eine Komödie. Eine Komödie? Oh, wow. Gute Frage. Aktuell... Ich glaube, dann würde ich Justin Bieber nehmen wollen. In einer Komödie? In einer Komödie. Darf nicht fehlen Justin Bieber? In einer Komödie? Ja, weil... Das ist das Objekt der Begierde, wo sich das alles um Justin Bieber redet. Und dann würde ich mir 1500 Leute drumherum suchen. Aber so Justin Bieber so als Kern des Ganzen. Weil die Leute was damit anfangen können. Ich verstehe schon. Jeder hat eine Meinung dazu. Ich verstehe. Wie was? Wie Nazis. Jeder hat eine Meinung dazu. Das ist bei... Hast du den mal live gesehen? Justin? Ja? Nein. Das war nämlich auch eine der Zuschauerfragen. Welche Stars hast du denn mal live gesehen? Und ich kann mir jetzt vorstellen, es kommt eine richtig lange... Die wäre ewig lang. Die wäre ewig lang. Ich habe gestern erst... Wen? Ich habe gestern erst... Ich habe jetzt mir so diese Vorbereitung zum Release vom neuen Daft Punk Album jetzt mal angeschaut. Wo diese Interviews sind so mit Nile Rodgers. Großartiger Musiker auch ist. Auch Giorgio Moroder, der mitunter so die geilsten Soundtracks auch teilweise gemacht hat. Also ich habe ja früher auch Soundtracks gesammelt, wie blöd. Und die alle arbeiten jetzt in diesem Projekt zusammen. Und dann, wenn du dir anschaust mit Daft Punk sich an dieses Thema so ranmachen, so Musik, dann wird mir so richtig so warm ums Herz. Und das ist so diese Energie, die ich so bewundere. Und das sehe ich auch beim Filmen genauso. Und so ist es... Dann ist mir nochmal aufgefallen, krass, ich habe bei Daft Punk damals mal interviewt und fand die damals schon geil, aber hätte nie gedacht, das ist so ein Phänomen, dass sie so weit nach Jahren mich immer noch so flashen, dass ich denke, krass, ich habe damals mit dir ein Interview gemacht. Echt, das denkst du manchmal so, dass... Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt jemand Bekannteren vor mir habe, meinetwegen, du bist ja jetzt nicht unbekannt. Natürlich bist du nicht Jeff Punk oder du bist nicht Michael Robert. Aber Pornostar. Aber trotzdem... Aber trotzdem... Nein, du bist auch nicht so fest als Delo. Der ist ja irgendwie Pornostar. Randy. Ähm... Bei mir geht dir das Gefühl, also ich respektiere die Menschen trotzdem, aber ich denke, zu keinem Zeitpunkt, boah, der ist jetzt voll bekannt. Ich habe... Ne, es gibt... Es wäre mir jetzt höchstens vielleicht okay, wenn es bei Robert Downey Jr. so... Dann würde ich so... Fuck, das ist Iron Man oder Sherlock Holmes so... Aber ich so ein bisschen denke... Ihr siehst aber, ich gehe sogar noch weiter. Und weil es eine andere Sprache ist, aber ansonsten... Was gehst du? Ich gehe dann noch weiter zurück. Ne, ich habe da... Für mich... Ich sehe es ja genauso. Das ist auch manchmal mein Problem. Ich sehe halt Leute immer so auf ein Level. Auch so Eminem, der... Aber was ist das Problem? Ja, guck mal, bei Musikern. Eminem zum Beispiel geht ja so als einer, der auch jetzt so Hip-Hop revolutioniert hat, was ja auch irgendwie so stimmt. Aber für mich ist es so, ich habe diese Phase ja miterlebt, wie er so groß geworden ist. Also, als ich ihn mehrmals interviewt habe, ist es so... Ey, alles klar, wie sieht's aus? Ey, cool, was hast du gemacht? Das ist ja mehr auf so einer Ebene. Wohingegen, wenn ich jemanden treffe wie einer, der ihn auch gefördert hat, Dr. Dre, dann ist es was anderes. Weil Dr. Dre hat halt schon all dieses Business so irgendwo inne gehabt, wo ich mehr oder weniger vom Beeinflussraum bin und jetzt auch der Mensch bin, der ich bin. Nicht nur ausschließlich wegen Dr. Dre, aber wenn du so eine Persönlichkeit triffst, dann denkst du so, krass, da habe ich großen Respekt vor und bin dann auch schon so ein bisschen schüchtern. Zum Beispiel, was ich bis heute immer noch nicht mache, wenn ich Leute sehe, ich bin ein riesen Lippe-Schmuck-Fan. Hier im Grill Royale ist ja diese Imbissbude hier für meinen Anzug und so. Ich war da auch schon. Siehst du, dachte ich mir doch. Wer war da nicht schon essen? Und da war auch mal komplett Nippe-Schmuck, saßen an dem Tisch und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Dave Garn, es lief vor mir vorbei. Also ich habe den unten wieder so angekündigt auf so einem roten Teppich, dann steht er vor mir und gibt mir so die Hache an Dave und ich weiß. Und ich habe so ein Pokerface drauf gehabt. Innerlich dachte ich, oh mein Gott, Dave Garn ist vor mir. Oh mein Gott, ich habe alle seine Platten und so weiter und so fort. Sogar seine Sohnenplatten gescheißen waren. Und habe mich nicht getraut, um das zu sagen. Und zuletzt, George Cooley hier in Berlin, läuft dann, sitzt dann ja noch, ne 10 Meter Freund hier und eigentlich würde ich ihm sagen, ey George, ich finde du bist ein geiler Typ, ich mag deine Filme voll super, aber das kann ich nicht, das traue ich mich nicht. Und ansonsten, wenn ich Leute aber im Gespräch habe, dann ist es für mich halt normal. Dann sind es halt normale Menschen und das versuche ich auch rauszufiltern. Du wirkst auch durchaus menschlich, ich bin ganz überrascht. Ja ey, du musst mich mal zuhause in den Star Wars unterwischen sehen, die ich heute übrigens jetzt anhab. Wirklich? Komm bitte rein, lass auf. Okay. Ich habe hier Star Wars unterwischen. Das ist ein Thumbnail. Pass auf, das wird das Anzeigebild auf YouTube. Du wirst dich nicht noch wundern, du wirst das sehen. Ich hoffe. Als es auf der YouTube Startseite Deutschland ist, wie du da sitzt mit dem Ding. Pass auf. Das haben wir glaube ich schon 40 Minuten gemacht. Das ist doch egal. Wir sind gleich fertig. Okay. Nein, ich beschwer mich nicht. Doch, ich habe es jetzt so aufgefasst. Wer kann ja auch irgendwann mal später wieder einen Film-Talk machen, weißt du? In fünf Jahren. Ja. Wenn es YouTube nicht mehr gibt, wie manche sagen. Sonst Hologram so. Wenn du ein Format rausschmeißen könntest aus dem deutschen Fernsehen, eine Serie, ein Format von all dem Dreck, was würdest du dann von heute auf morgen verschwinden müssen? Also Lenz im Partner glaube ich, weil es mir sofort einfällt. Also es ist so schwer, weil dir so viele Sachen einfällt? Wetten, dass. Es fallen mir sehr viele Sachen ein, aber ich würde Wetten, dass rausschmeißen. Wissen, Wetten, dass rausschmeißen? Wieso? Wetten, dass ist so der Inbegriff von, oh mein Gott, wir sind nicht mehr originell, wir müssen immer noch so Ideen von Anno dazumal irgendwo halt durchtreten. Weil letzten Endes, ich finde das ZDF bei allem Respekt auch vor Martin Lanz. Weißt du, ich bin immer der Auffassung, nur wenn es mich nicht anspricht, heißt es noch lange nicht, dass es schlecht ist. Das ist so wie mit PUR. PUR würde ich mir nie kaufen. Aber wenn die halt irgendwo auf Schalte voll machen können, außer kaufen Leute, helpt mir nach Hause gehen, oh ich hatte einen schönen Abend. Dann machen sie was richtig. Weißt du? Und das ist ja genauso wie mit Florian Silbereisen. Ja, steig, du, ja, Mireille Mathieu. Er ist ja wenigstens bemüht, was anderes mal reinzubringen. Aber dann sage ich mir auch so, Gott, das ist ja nicht für mich gemacht. Es soll ja für andere Menschen auch was geben. Aber bei Wetten, dass ist es so einfach so der Inbegriff von wegen, wir müssen diese Marke aufrechterhalten, weil wir so und so viele Zuschauer haben. Das stimmt schon. Und dann denke ich mir auf dem Larchenberg, und das ist nicht mal gegen das ZDF. Das ZDF hat wunderbare Inhalte. Ohne das ZDF ist mein Lieblingssender geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ZDF, Dreisat, Arte, Phönix. Genau, so eine Sache. Aber ZDF, Neo, Info, Kultur, ich mag sie alle daran. Das ZDF macht wunderbare Arbeit bei KiKA. Ich finde nach wie vor das Logo immer noch der besten Nachrichtenformat. Das ist ja auch nicht mich. Also Logo, wenn ich das mal gucke, finde ich supergeil. Wenn du das mal guckst. Hin und wieder. Phönix, ohne das ZDF wäre Phönix nicht das, was es ist. Das ist ja eigentlich auch ZDF, finde ich super. Also was da auch für ein Beitrag noch ist. Also das ZDF hat so tolle Leute, die ja irgendwie für sie arbeiten. Und dann erzählte mir einer, dass irgendwie diese Aberhunderte Beamten, die da irgendwo auf dem Larchenberg sind, ist keiner, der immer auch für einen Vorschlag gehabt hätte, wir machen mal eine andere Show. Die heißt dann so und so, wir machen mal eine andere Richtung. Von mir aus kann das auch der Lanz machen. Aber muss es dann unbedingt Wetten das sein? Wo sind denn jetzt hier diese ganzen Geschichten mit Wetteinsatz und nicht so mal kurz so eine Pseudo-Wetteinsätze, die mal sofort abfüllt werden? Damals hast du noch richtig ohne Digitalkameras und so Leute gehabt, die wirklich Wettschulden gemacht haben, die über einen anderen Zeitraum waren, die auch wirklich sich engagiert haben, Charity oder was auch immer. Jetzt ist es halt nur Show, bla bla, schön, toll. Früher war ein Grabschall, Grabschall so und jetzt ist Lanz, Rihanna, I love you. Rihanna, I love you. Okay, das ist gut Patrice. Also Wetten das tatsächlich. Wetten das kann von mir ausgehen. Ich habe ja immer gesagt, ich habe meine Fragen kaum vom Zettel gehabt, aber ich habe sie die ganze Zeit eingeflochten. Wir haben alle gestellt. Es gibt nur noch eine. Die letzte ist, dass mich ein paar Leute gefragt haben, welcher, wenn sie, oder Jungs, wenn sie mit einem Mädchen zusammenkommen wollen, welchen Film sollte man dann gucken? Ich kann schon mal jetzt sagen, niemals das Weiße Rauschen nicht anschauen. Den habe ich noch nie gesehen. Habe ich einmal gemacht, das Date ist so dermaßen in die Hose gegangen. Fängt am Anfang super lustig an mit Daniel Brüll. A Serbian Film ist bestimmt auch nicht gut für das. Was? Na, ist egal. Welcher Film? A Serbian Film. A Serbian Film, habe ich auch nicht gesehen. Sagt dir das nichts? Nee. Ich glaube, ich... Geh mal auf Amazon und gib es mal ein und diesmal die Rezension. Warum? Die Leute schreiben die ganze Zeit davon, dass dieser Film zensiert werden muss und dass die Filmmacher gestört sind und in die Psychiatrie gehören. Oh gut, das muss ich mir jetzt... Jetzt würde ich mir anschauen. Jetzt würde ich mir anschauen. Ich persönlich denke tatsächlich für ein Date... Ich bin davon runter, jetzt bei einem Date, gerade beim ersten Date einen Film zu gucken, weil ich bin zu sehr ein Filmfan. Darum geht es ja. Es ist ja nur... Es ist ja nur so eine... Ja, aber ich hasse... Ich verstehe schon. Ich hasse, wenn die Frau dazwischenredet. Aber du sollst jetzt nicht so antworten, von wegen nicht Filmen mit einer Frau gucken, sondern du sollst sagen, ein Film, der wie für ein Date gemacht ist. Ob du das jetzt so machst oder nicht, ist immer scheißegal. Aber ich kann es nicht... Okay, gut, dann... Habe ich nicht. Echt, es gibt doch tolle Filme für... Nein! Egal welchen Film... Liebe braucht keine Ferien zum Beispiel. Ja, das ist schön! Aber guck mal, gerade wenn du guckst, wenn du dir so einen Film aussuchst, dann wird es ja auch, dass jemand, den du mitbringst, ihn dann vielleicht auszuschätzt. Hast du nicht wahrscheinlich das Gefühl, du würdest jemand anderen den Film zeigen, weil... Genau das ist es! Ja, aber dann ist so... Aber wenn sie dann so einen Gedanken hat, dann so... Dann merkst du so, dir gefällt mein Filmgeschmack nicht. Das ist so ein Diss gegen dich als Person. Das ist fast schon ein bisschen weiblich so, oder? Ja, ist... Das verstehe ich jetzt aber nicht. Warum ist das so... Mann, es ist doch klar! Hier, er kommt in den Raum, Liebe dies was ist... Ach komm, lass uns auf. Komm noch im Bild. Okay. Nein, alles gut jetzt. Nein, du warst nicht. Gut. Freunde. Patrice, wir sind echt... Wir sind auch so fertig. Hättest du echt bleiben können. Ich hab gesagt, ich hab noch eine kleine Überraschung für dich. Star-Wars-Überraschung, her damit! Ich habe... Genau, dass du zwei Hände aufhältst. Die Star-Wars gar nicht. Ah, aber noch Old School. Ach so, einmal Old School und neu. Also beides. Ich hab beides was gesucht. Ah, mit Luke Skywalker, Mark Hamill. Ist nicht so schlimm. Mit dem Joker. Darf ich die jetzt schon abholen? Okay, während ich abholiere. Komm, du bist der Profi. Ich kann das auf YouTube machen, wie ich will. So, Freunde. Das war der Film-Talk mit Patrice. Danke, dass du da warst während du die Karten anschaust. Ich freue mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielleicht einmal mehr. Schreibt in die Kommentare, Leute, wie ihr es fandet und spannend. Ich fand's mal wieder sehr erfrischend. Gleich kannst du noch was sagen. Wer jetzt noch will, schaut sich die letzten Film-Folge an mit LeFloid, Freunde. Oder aber vergesst nicht die großartige Verlosung, von der wir vorhin schon geredet haben. Einer von euch geht mit mir zur Star Trek Into Darkness Premiere hier in Berlin. Klickt euch das gerne, abonniert den Kanal oder meinen zweiten Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und das war's von mir und dir für jetzt. Morgen um 15 Uhr spätestens ein neues Video. Und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.